Liebste Eva, ich habe das Gefühl, ich habe dich und Paul im Stich gelassen. Ich weiß, hierher zu kommen war die richtige Entscheidung. Ich bin Sabine. Magst du Menschen nicht oder so? Ich bin nicht mehr als ein Fremder, ein Flüchtling. Ich wünsch dir, ihr wärt hier. Ich vermisse euch. Wissen Sie, warum Sie hier sind? Es ist alles einfach nur ein Missverständnis. Also glauben Sie, dass wir willkürlich rechtsschaffende Bürger in der Warsammlung nehmen? Je länger ich hier bin, umso schlimmer wird es. Ich glaube, ich werde beobachtet oder ausgerutscht. Dann sind Sie ein Verräter. Möchten Sie das sein? Sie werden sich den Dingen stellen müssen. Am Ende finden wir alles heraus. Amen. 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 Vielen Dank.